Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Wir haben hier eine Luke. Eine Druckluke, wie man sie aus U-Boot-Filmen kennt. Sieht alt aus, ist aber noch nicht verrostet. Kriegen wir auch bestimmt nicht auf. Mal sehen. Ist ja meistens so. Doch. Das Bild bewegt sich so. Warum? Das könnte hier so eine Art Wasserspeicher oder Tank oder sowas sein. Okay, wir können da runter. Da haben wir einen Kompressor. Der könnte Wasser ablassen. Mit dem Kompressor dürften früher die Druckluftflaschen betankt worden sein. Hat seine besten Tage schon hinter sich. Sieht aber noch nicht schrottreif aus. Mit dem Kompressor. Die Leute, die in diesem Bunker gehaust haben, scheinen die Hälfte hier gelassen zu haben. Hier liegen Flaschen, Bretter, Kisten, Rohrteile, Kartons. Alles Mögliche. Bretter, eine kaputte Lampe und ein altmodischer Zündapparat. Das ist so ein Ding zum Zünden von Sprengladungen, wie man sie früher in Bergwerken und Minen benutzt hat. Man dreht an der Kurbel und baut damit elektrische Spannung auf. Per Knopfdruck wird dann eine Zündkapsel am Ende eines Kabels gezündet. Erst einmal müsste ich eine Dynamitstange platzieren. Oh, oh, die müssten wir da... Okay. So, dann haben wir nichts mehr außer noch die Kiste hier. und die Metalltür. Okay, 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 okay. Äh, Luke? Ein Betonträger. Er befindet sich ziemlich direkt über der Luke. Hoffentlich bricht oben der Boden nicht ein, wenn ich drüber laufe. Aber ich denke, eine Person dürfte auch ohne Trägerlocke aushalten. Hoffentlich bricht oben der... Mhm, mhm, mhm. Wasser? Was für eine Ekelbrühe! Er sagt das nicht, vielleicht ist das ja dein Weg raus. Wer weiß. Diese Teile sind aus dem Betonträger gebrochen. Hier scheint die Wand ausgebessert worden zu sein. Warum auch immer. Da haben wir noch eine Luke. Tja, eine Luke. Sie führt weiter nach unten. Das könnte aber mein Weg in die Freiheit sein. Das kriegen wir nicht auf. Da bewegt sich nichts. Die Luke ist stark verrostet. Vermutlich wegen des Wassers hier unten. Okay, was haben wir denn? Wie werde ich aus diesem massive Metalltor noch Tonnen von Felsgestein werden? Mich aufhalten, Angelina. Geht es gut? Finde einen Weg hinaus. Das Schloss kann nicht aufgebrochen werden, aber vielleicht kann es auf eine Art und Weise auch schon mal kommen, muss ich über den Kopf, durch die Wand. Mhm, haben wir. Die Schweine, Angelina, Mordet. Abdeckung im Tank, aber die Luke im Tank ist auch aus Metall. Nichts andere als ein kleines Hindernis. Aber es erscheint mir wahrscheinlicher, dass ich durch diesen Weg hier rauskomme. Hilft nur Ruhe, Gewalt. Manchmal hilft nur Ruhe, Gewalt. Manchmal hilft nur Ruhe, Gewalt. Echt jetzt? Und nun? Ganz vorsichtig. Ach so, nach oben. Sobald Strom auf das Kabel gelegt wird, zündet die Sprengkapsel und lässt die Dynamitstange detonieren. Hoffentlich reicht das, um die Luke aufzusprengen. Okay. Erst einmal müsste ich eine Dynamitstange platzieren. Hm, wir brauchen noch eine zweite? Warum? Da ist noch eine zweite Stange. Da ist noch eine zweite Stange Dynamit. Falls die er... Muss doch so sein, oder nicht? In Ordnung. Ich drehe die beiden Kabelenden an den Kontakten. Und nun? Das Kabel ist mit der Dynamitstange und dem Apparat verbunden. Alles bereit zur Sprengung. Dann drück drauf. Wuhu. Das wollte ich schon immer mal machen. Ach, Daryl. Äh, Darren. Wieso sag ich immer Daryl? Ach, ich bin im Walking Dead-Fieber. Deswegen. Oh. Okay. Konnten wir das wenigstens gut benutzen? Das hat bestimmt nichts gebracht. Verflucht. Die Luke hat kaum einen Kratzer. Den Griff hat es glatt abgerissen, aber die meiste Energie der Sprengung ist verpufft. Die Wucht der Sprengung ist verpufft. Wie bei einem kleinen Silvesterknaller, den man in der offenen Hand zündet. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, die Luke aufzubekommen. Scheiße, aber wie? Ich weiß es nicht mehr. Hast du einen Tipp, Tagebuch? Man kann diese Luke bestimmt mit etwas großem, schweren einschlagen. Hoffentlich ist die zweite Stange auch so stabil wie die erste. Mit dem Betonträger. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hätte man ja auch beim ersten Mal machen können, ne? Aber naja. Man muss das ja erstmal ausprobieren, sonst macht er das ja nicht. Was ist mit dem Zündkabel? Ich hab keins mehr hier. Und noch ein Zündkabel. Ganz vorsichtig. Ich würde auch versuchen, da rauszukommen, anstatt da zu warten. Wer weiß, was diese Leute mit mir vorhaben. Das Dynamit dürfte den Betonträger endgültig von der Decke springen. Obwohl, man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, dass sie einen unbedingt umbringen wollen. Weil das hätten sie ja dann schon nichts getan. Und warum sollten sie mich dann versuchen, am Leben zu erhalten? Also, die könnten mich ja auch hier elendig verhungern lassen oder verdursten lassen. Ich drehe wieder die beiden Kabelenden an den Kontakten fest. Dann auf ein neues. Dieses Mal muss es klappen. Na, es hat sich auf jeden Fall so angehört. Ich kann ihn nicht bewegen. Er ist zu schwer. Toll. Die Luke hat's tatsächlich durchschlagen. Darunter ist eine Art Röhre. Sie führt nach unten. Sie wäre groß genug für mich, aber ich kann nicht sehen, wohin sie führt. Und ich kann mich nicht an dem Betonstück vorbeidrücken. Dieser verfluchte Balken versperrt mir den Weg. Ich muss einen Weg finden, wie ich ihn anheben kann. Dieser verfluchte... Ach. Äh, wenn ich mir Hilfe hole, kann ich den Balken anheben. Aber Hilfe muss ja nicht immer von einem Menschen kommen. Was, Mann, was... Kette. Kette. Ich lege die Kette um das Betonstück. Ich weiß ja nicht, wie das was bringen soll, aber... Jetzt habe ich aber hier keine Kette mehr. Kann ich da... Habe ich auch gar nichts. Was sind das überhaupt für Hebel? Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Als der Kerl einen dieser Hebel gezogen hat, ist hinter mir die Metalltür zugefahren. So, mal sehen. Aha. Ich sehe keinen Grund, warum ich die Tür verschließen sollte. Ich lasse sie auf und halte mir damit den Rückweg offen. Okay. Hm. Mit dem Kompressor dürften früher die Druckluftflaschen... Mit dem Kompressor... Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich muss mir einen anderen wegen. Mhm. Ja. Ach ja, wir sind ja jetzt wieder hier drin. Ja, genau. Genau. Ein Feuerwehrschlauch mit Metallanschlüssen auf beiden Seiten. Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. Wie ich es mir gedacht habe. Ich brauche keinen Eimer. Kann ich nichts machen? Schaltkasten? Kann ich da auch wieder was drücken? Die Tür ist offen und mehr kann ich hier nicht machen. Okay. Äh, Auslass. Warte mal, wir haben da ein Aus... Guck mal. Jetzt haben wir längere. Ich habe die beiden kurzen Schläuche zu einem langen verbunden. Wasser. Klar. Besser nicht jetzt. Okay. Besser nicht jetzt. Besser nicht jetzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt drücken soll. Ich habe jetzt noch den Kompressor. Magnesium-Fackeln. Auf den Komp... Mit dem Kompressor dürften wir... Mit dem Kompressor. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Das ist jetzt hier so gerade mein Problem. Ach so, nee. Wir haben nur noch nicht so einen Lichtschalter. Ist ja wichtig. Man kann jetzt nur noch mal runter gehen. So, ich habe jetzt hier die Kette dran. Aber was bringt mir das? Besser nicht jetzt. Ja, besser nicht jetzt. Oh, da ist was. Handschuhe. Hier liegen ein paar Handschuhe und ein Schraubenschlüssel. Ich nehme beides mit. Beides nicht darauf anwenden. Hier sind nur Muttern. Keine Schrauben. Mit dem Kompressor. Die Tür ist von... Ich muss mir einen an. Ja, aber... Okay. Hier kann ich absolut gar nichts tun. Ich frage mich, wofür es in einem Bunker ein Gefängnis gibt. Wen wollte man hier einsperren? So ohne weiteres komme ich diese glitschige Röhre nicht wieder... Damit kann ich nichts mehr anfangen, fürchte. Nein. Ich will hier nicht alles unter Wasser setzen. Nein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin gerade ziemlich ratlos. Besser nicht jetzt. Ich kann das machen, aber warum sagt der Bessai nicht jetzt? Ich verstehe es nicht. Oh. Was muss ich haben? Die Tür ist offen und das Licht ist an. Mehr kann ich hier nicht machen. Die Tür ist... Mehr kann ich hier nicht machen. Ich kann allgemein nichts mehr machen. Irgendwas muss ich doch mit dem Wasser machen. Ich weiß das doch. Ich glaube es nicht, ey. Ich sitze total fest. Das Boot? Was? Das war jetzt durch Zufall. Das Boot hängt an der Kette und die ist um das Betonstück geschlungen. Das könnte funktionieren. Okay. Und aufwärts. Habe ich nie drauf gekommen. Und jetzt fällt ihm der Betonträger auf den Kopf. Oh, Luft. Verdammt. Da oben geht das raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Irgendwie muss ich da hochkommen. Vielleicht kann ich diese Röhre unter Wasser setzen und da hochtauchen. Irgendwie muss ich da... Ja, aber... Jetzt kann ich das... Pass auf, jetzt... Jetzt kann ich die Röhre da unter Wasser setzen. Ich frage mich, wofür es in einem Bunker... Ich frage mich... Dann soll es da weiter durchgehen. Jetzt können wir das wetten. Die Anschlüsse passen. Der Schlauch hängt am Wasserauslass. Erst einmal sollte ich das Ende des Schlauchs irgendwo hinlegen, wo mir das Wasser hilft. Hier hin. Da müsste das jetzt eigentlich perfekt sein. Die Länge reicht gerade so? Ja, ist doch gut. Und jetzt... Ran an die Arbeit. Wenn ich mich richtig erinnere, sind da noch offene Stromkabel in der Röhre. Das muss sich erst ändern. Sonst bringt mir das Fluten überhaupt nichts. Stromkabel in der Röhre? Wo? Habe ich die übersehen? Wo sind denn da offene Stromkabel? Ah, da! Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Auf keinen Fall! Bei der miesen Qualität der Handschuhe kann ich sie genauso gut weglassen. Ja, aber dann sterben wir. Die Kabel abisolieren ist eine gute Idee. Sich dabei an der Leiter festzuhalten auch. Beides gleichzeitig ist allerdings schwer umsetzbar. Was soll ich denn seiner Meinung nach jetzt tun, bitte? Wenn es keine Leiter gibt, muss man fliegen oder schwimmen. Ich fasse die besser nicht einfach so an. Hier einen Stromschlag zu... Boah, noch langsamer kann er ja wohl nicht hoch. Hm. Lichtschalter vielleicht aus? Ich mache erst mal das. Wieso hat das denn jetzt wieder angemacht? Was ist denn das für ein Vogel? Was macht er? Ich habe abgebrochen. Jetzt klettert der da runter. Kannst du direkt wieder hochklettern, ey. Ich mache erst mal das Licht an. Nacht, okay. Er will nicht darunter... Er will nicht darunter ohne Licht. Vielleicht könnte ich ja... Warte mal. Könnte das ausschalten? Magnesium-Fackeln. Ich mache erst mal das Licht. Ich weiß nicht, wie ich da... Wie ich das machen soll. Oh. Ich fasse die besser nicht einfach... Wie mache ich das? Ich weiß es nicht. Okay, Leute, ich muss sowieso einen Cut machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.